loslegen mit kneten. So, ich fange jetzt mal an mit formen. So, die Knödel sind fertig, ziemlich klebrig. Der Tontopf, eine Tasse. So, jetzt sind wir fertig, sieht doch gut aus. Na, was sagt ihr? Ist doch ganz prima geworden. Und ihr erzählt mir dann, wer von den Vögeln euch besucht hat. Ciao!